hallo und herzlich willkommen hier so weiter in folge hier hier im arsch ja das ergebnis das meist für uns hat gezeigt bühne sind wieder 100 prozent gesundheit das können wir hier mal das gut nachgucken tiere kann man nicht machen nein der wand auch nicht so glücklich energiefutter haben zu geladen grüner sehr wichtig da haben sie ja mächtig wird nach gut irgendwann zwischendurch gibt neues meister ja ansonsten gab es mächtige kosten anführungszeichen was haben wir an salat 5.507 nicht viel salat und das hält sie alles in grenzen 1016 und bei erdbeeren 4000 oder schon mal schön ja es wird eingelagert dass man das brauchen also bei drei tagen ist die produktion langsamer habe ich schon auf der ellengrad gesehen was wir jetzt machen müssen erst mal die bga besorgen zwar mit allen vor der fabrik ist gut da können wir mal auch mal so oder wünschen also egal was geht dazu meine wahrscheinlich silage oder heu es ist aber nicht so wichtig weil der mischer pick ist da in dem sonne nebensächlich weil wir automatik haben da also war auch alle werde irgendwann mal die dünge produktionen umbauen woanders hin weiß noch nicht genau wo aber irgendwo anders zusammen mit der saadproduktion also die ja noch heu bauen möchte und da geht es noch weiter mit mais gelage muss ich mal zu mal sagen dazu müssen wir erstmal alles vorbereiten vor allen dingen tiere kontrollieren und die bga versorgen mir das ganz wichtig bei uns wäre das auf dauer schlecht aber das hier geht noch mal rein da wäre nicht gerade wäre so ein zug nicht schlecht auf gleisen da brauchen wir nicht lenken wir können zwar die meine stärke aber hier so mit denen an her geht es noch haben wir anders noch blöder das war real an sich wird besser sein mal gucken mal gucken vor allem haben wir drinnen grassgeladen wird hier nicht reichen das ist voll meistgeladen alle und ist grassgeladen nicht aktiviert das wäre natürlich blöd das sieht so aus das ist sogar so na gut wir hätten schon ein bisschen mehr silage haben können ungefähr wieder jetzt überlegen den können wir immer weg stellen erst mal mal sehen wo die schweine jetzt in gülle geliefert haben naja überschaubar nahrung ist auch noch erschaubar kommerei wie nachwuchs 80 prozent hat sich nicht verändert milch haben wir oben mich haben wir sehr viel stroh gülle weine gesundheit ja genau und die haben jetzt 50 prozent anderen 25 hat sich nicht verändert nix den mehfacher muss ich einstellen für die produktion wahrscheinlich ist dazu wenig wir haben ja hier fast voll also küche sind ja so ein bisschen mit mais plus geben sie mehr milch wir haben ja verkauf verkauf wäre mal blödsinn wir müssen das eingeben das ist ungünstig sondern bei Wasserabladen ist eingetragen und zwar weil da auch Wasser angeliert wird und das kann ja beim Tag ein bisschen fahren aber ich fahre mal tanken das sieht ziemlich eng aus und dann kann er von da aus dann losdüsen weiß ich genau wie viel milch da reingeht bei der murkerei jetzt aber garantiert bisschen schon wir haben wir noch ein bisschen wenn er reinschauen und zwar produzieren sie ja was Fischer ist auch noch genug da Diesel da könnten wir sogar was verkaufen solche brauchen sie ein bisschen viel also wenig produzieren so wenig mehl weiz ist noch genug da so wir können wie kann man nicht sehen doch das fast leer den kurs auf das leer dann wir auch noch hergeben und da was für da bin ich habe genug leer paletten ich habe mir gar nicht angehört leerpaletten ist alle leerpaletten ich werde die trotzdem mal los schicken das dann voll machen leerpaletten wir haben ein bisschen holz gemacht von daher müsste ein bisschen was da sein also bäume gefällt gucken wir gleich mal unsere lucienern aber gewachsen ist und noch dünger bedarf besteht bestehen würde das nicht gewachsen also dünner bedarf garantiert nichts also unser gras ist damit aus als wir garantiert noch nicht so weit es sei denn es steht ein wunder das war ja aber letztes mal nicht nicht reif ich möchte man ganz gerne das richtig ausgewachsen ist so wie hier links war da rechts hier aus das sollte aber spätestens morgen sein ist aber nicht viel dann hätte sie gesagt nur mal eine probe gewesen es überhaupt geht so das sieht noch nicht so gut aus ist ein wachstum ja eine ernte verhofft eben dass ein bisschen herbst eine ernte reinfahren kann einfahren kann so dass das wäre das hier traktor mit mit anhängern was ich nehmen besser hätten glaube ich für das kommt doch ein bisschen mehr andere arbeiten wie geplant macht nicht so leerpaletten habe ich gerade so glück gehabt dass wir das gesehen haben dass da jetzt was machen können so um die paletten ich habe diesen geistet bald wissen waren ja gar nicht mehr gewohnt ja lucien habe ich ganz gerne noch frisch geerntet für die lage vielleicht geht es bei den kühnen rein beim futterer water weil ja ja wenn das so im dinkel auch noch so gehen würde aber mit dem lkw brauche ich nicht fahren da kommt dann hier hoch da seine schwierigkeiten muss ich mit einem anhänger fahren habe ich gerade eingetellt für silage und mais ja genau was machen die bäume eigentlich sind ja gewachsen und eure paletten haben wir genug leere so eure paletten das passt ja genau die fahren wir auch hin vielleicht auch nur in den rest zum schlacht und man darf vielleicht noch weil man sind schön die ganzen neuen bäume sind auch nicht gewachsen kann man die ganz kleinen gepflanzt im prinzip ist das auch nach gepflanzt ohne füge ein paar bäume hier fehlt auch ein paar da finden einer star hier gut dass die eichen gut und unsere das sind so eine kümmerlinge hier die wachsen nicht richtig aber durch die umstellung auf drei tage ist alles ein bisschen bezögert kann man sein hey rebraten bleib hier ja gut soll vorkommen ja die eichen stehen noch hier ist also muss ich auch irgendwo hinflassen raps steht gut ich würde da liegt ein baum ach der eine weg geflogen also da muss man bei gelegenheit holen ich hatte hier mal ein baum gefällt gehabt und dann ist der hohen bogen also der mitte da wo die die groß stehen die haben die eigenschaft knapp gefällt uns wieder ich hatte mal ein verdacht gehabt das wird der spielabstürz zeit dann mal zeigen lassen aber ansonsten wenn die gefällt mit der ketten säge die sofort wieder da was eigentlich ist da was schiebt kann wahrscheinlich war das zehnmal neu pflanzen zu neu aufstellen hat er die bäume nicht entfernt grund von schnell schnell geht schon so ne und dann hat sich im teich die bäume erhalten gut nicht weiter schlimm und er hat ja alles für mich gemacht also im prinzip den spielstand wie die karte neu gestaltet wurde den spielstand praktisch wieder hergestellt ich meine das ist ja eine große sorge von action das immer wegen den spiel nutzen zu können ich meine ich kann es verstehen weil man stand nicht nur von vorne fangen musste wäre das für die allermeisten wäre es lässt sich also verständlich in dem fall aber gut so fahren wir erst mal zum murkerei lieferte was ab um die 30.000 dann gucken wir mal ein schlachthof nach menü segelwelt hat es noch ich bin auch noch bei der reichen beim schlachthof haben was fehlt da überhaupt tiere strom haben wir auch nicht so viele pläten sind aber auch nicht mehr viel da aber wir haben wir sind fleisch da wir könnten theoretisch was verkaufen aber rinder fehlen komplett also wir haben erstmal kein mit ab also bringen wir uns so viele möglich zum murkerei und leicht zum mühle da da ist er was noch was gebraucht wird jetzt gibt es ja glaube ich sogar der paletten wir tun das wäre ja logisch ja mein gut das geld ist wenn einer das paletten kauft können sie gerne behalten werden aber es kann sein dass alle hier weg gehen haha sieht so aus geht gleich die produktion rein dann lassen wir die hier die gegen gleich komplett rein leer paletten haben jetzt 5000 also hier könnte man locker was verkaufen karton wir haben jetzt das ist schon ausgelagert sind die paletten drin jetzt dass ihre zeit die paletten da geht aber schief ich kann ja die paletten jetzt nicht separat raus das ist jetzt für ein ungünstiger jetzt alles mit das bache entschuldigt das nimmt er nicht probieren wir mal mal paletten loszuwerden mal gucken wir mal einstellen können leerpaletten überstunden aktivieren brauchen wir sowieso noch haben wir uns da so beim gucken es fehlt und angefordert werden also zuckerhubik ist noch nicht aktiv leerpaletten auslagern leerpaletten nicht auslagern einladen die wollen wir nicht auslagern wir haben alles es kann also ein bisschen sortieren wollen dafür dass eine produktion haben wollen und das andere halt behalten wollen gleich wieder auslagern bringt ja nichts dann war es ja ein schuss in oben dann bringen wir den resten her zur murkerei genau lagert auch ein war ja auch unsinn beziehungsweise guter ist leerpaletten zum mühle was die bühne nicht haben will was wahrscheinlich so hoch ist geht der rest zur bäcke aber nimm nur vor und wird nicht reingehen da hat ja noch mal das teilweise halb leer gemacht das ist ja ungünstig den rest müssen wir halt später machen er lagert ja eh nichts aus dann stellen wir die zeit auf 0,5 denn ich sehe schon wieder die arbeit ist doch ein bisschen mehr wie wie geplant nachthof brauchen wir keine weil da haben wir aktuell auch nichts kein kein fleisch die schweine müssen erst soweit sein also die brauchen ungefähr noch ja das darf für eine frucht das ist weiß feld weiß feld im frühen also irgendwie freigelassen so hafer oder sowas oder irgend der gleichen also vielleicht auch rüben früher mal sehen gut hier wäre der nächste noch mal nicht gewesen aber wir haben es da ne der rest geht zum bäcker hier ist nichts draußen das passt ansonsten mehr wenn ich da spiel mir mir ja da müssten wir regnen doch auch mir her bringen also das können wir einen anderen traktor nehmen muss ich so noch nehmen von der tolle bei den schweinen abgeben und dann gehe das so lassen wir hier stehen das macht der alleine ich schalte mal durch später 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 sehen wir mal entsprechend einmal dinkel und einmal rockenmehl quaken beim bäcker nicht an mit schönen kuchen quarkkuchen ich will mich reinknien noch einen ball mit die wiesen gehören ja nicht du wirst dir mal kartoffeln ins lager oder ins bei dem schwein mal schauen zeit 23 die marsch kann man das länger man da ist noch mal zeit ups da geht nicht lang noch mal zeit viel arbeit ja september ist der sommer ne ist der übergang in richtung herbst die straße die bursche das war ja alles anders geplant vielleicht gibt da noch einen anderen weg dazu extra kommen wir nicht ran platz wäre wir haben uns zufordern wir darauf haben dann kommen die alleine auf jedenfalls aber hinterher waren wir so hinterher nicht gewachsen hier war ja die erste glaube ich ja hof vorgeschlecht schlecht schlecht aber gut aber irgendwo mal kompromiss schließen wenn wir die frucht brauchen ne so wie nächstes jahr den kurs kann man löschen war nämlich zu sehen der kurs muss alles gespeichert werden beim spiel laden ist mir das entscheidende punkt das spiel laden dauert dann ein bisschen länge wobei der ssd ist nicht ganz so dramatisch ja wenn wir uns ja kaum strombedarf ist gewaltig und das ist am liebsten zeit er glaubt minus die bgh verkauft den strom ja direkt und ich bin ein bedarf nutzen die erste version war es ja so man nutzen konnte aber jetzt sagt ich glaube strom geht nicht zum nutzen privat ein bedarf oder wenn wir gleich mal kartoffeln bei den schweigen abliefern soweit wie es geht muss ja eigentlich funktionieren funktionieren den rest halstens lager und dann werden wir dinkel und rocken zum dings waren und haben die schweine und bedarf und müsste platz sein bei sachtfutter ist ja kartoffeln klar dass man hier nicht so erkennen kann wenn man das drauf guckt war da gut reingebracht noch wie gesagt der ass gut voll das geht das schweigen läuft da das dauert nur halb ist es so mal schauen wie viel die sechzehnten bringen an jungstieren ansonsten wenn die 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 das 40 ich weiß ja jetzt gar nicht ich hab das gerade geschaut das weiß nicht wie viel Schweine ich da habe die ersten halbes jahricion der hexe gut kriegen wir nicht also das ist nämlich wirklich aber ich könnte man meistens auch einbringen immer mal er machen würde schnitzel die kommen die herstellen ja wir haben hier nicht gerne auch nicht teile schwatt wird kann ich auch nicht anfangen frisches gras getreideschrott könnte man massenweise produzieren einlagern das wäre eine option aber denke wissen haben wir nicht lange reichen das ist also wir haben schon mehr wahnsinn und rocken haben wir gesagt doch nicht lange reichen eigentlich eher nicht so schön das soll schon gewesen sein ist aber schon dankbar sich anschauen bis zum nächsten mal